Liebe Zuschauer, liebe Hörer, mein Name ist Hein Vogel, ich habe das Vergnügen bei Radio 19 Leben zu dürfen. Und ich bin auf eine Besonderheit, oder ich mache Sie vertraut mit einer Besonderheit, denn auf dem Grünewalder Hof gibt es nicht nur Weine zu probieren und zu kaufen oder Ferienwohnungen zu mieten, sondern es gibt noch eine Besonderheit, das steht und dazu heißt Abenteuer Dachzelt. Der Name ist sozusagen Programm, aber was genau dahinter steckt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Inhaber, das ist Martin Stein, und er verrät uns jetzt, was genau dahinter sich verbirgt. Martin? Ja, also wir haben hier eine Dachzeltverbindung, eine Dachzelt, das sind Dachzelt, also Zelte in der Hatschalenkauf oder in Softkauf, die werden auf das Autodach oben aufgeschraubt, wie eine Dachkaufs. Und die sind sehr viel aufgebaut, man kann sehr bequem schon schlafen und erfreut sich ein großer Weg. Die Frage ist, an wen richtet, es ist ja, es ist nicht mal ein Zwischending zwischen Camping und Wohnmobil, sondern es ist eigentlich eine ganz andere Form, an wen richtet sich das eigentlich, wer sind dann Kunden, warum ein Dachzelt und warum nicht Camping oder Zelt oder was ist so die Idee dahinter? Ja, es ist sehr vielschichtig, sehr vielschichtig, meistens ist es Abenteuer, Lust und Neugier, weil viele Leute kennen die Dachzeltverbindung nicht, die wollen einfach nach oben gehen, die führt sich da oben dran an. Das ist eine sehr besondere Geschichte, es ist nicht Wohnmobil, es ist nicht Zelt, es ist was zwischendrin. Man schläft fast so gut wie im Bett, aber in der freien Natur draußen hat ein relativ robustes Dach über sich und hat dann meistens durch die Höhe, ein Fahrzeug ist sehr schön im richtigen Haus und das ist für viele Leute sehr spannend. Wo kommen die Leute her, die das bei dir mieten? Der Umkreis ist enorm, also in Corona-Zeiten hatten wir Anfahrt bis auf ein Ruhrgebiet hierher, also über 300 Kilometer. Du vermietest, du verkaufst ja nicht. Ich vermiete ausschließlich, ja, verkauft werden ab und an am Jahresende die gebrauchen Dachzelt. Na ja, wie bist du denn nach Bundesburg und hier auf den Brünen waren wir heute noch hochgekommen? Ist das die Zufall oder die Freundschaft mit Daniel Burkhardt oder? Also ich bin seit 22 Jahren in Bundesburg und da kann ich Daniel noch lange nicht. Hier hergekommen bin ich, wir haben den Ausbezug in der Zeit, am Pflechtlichen Mainz, sind arbeitende in Rüsselzeit und dann haben wir da nicht so viel gesucht und sind hier gelandet. Vielen Dank, dann viel Erfolg und eine schöne Saison für euch. Dankeschön. Vielen Dank.